Jo Leute! Willkommen zu meiner zweiten Folge von MarvelCardacht. Ähm ja, in der letzten Folge haben wir ja Globa gemacht. Heute machen wir einfach Freunde und Bittespieler. Äh ja. Ja okay, wir gehen einfach bei denen rein. Ich bin eh kein Mensch. Ich bin eh, Alter, was ist das denn? Okay, ich nehme einfach Yoshi. Yoshi, Yoshi, Yoshi. Yoshi, Yoshi, Yoshi. Okay. Das dauert mir zu lange. Wir sind aus Sachen Kleinkart wieder. Wenn das Match beginnt. Jo. Da sind wir wieder. Und das ist passiert. Wisst ihr Leute, wir spielen einfach regional. Regional, äh keine Ahnung. Ja, das sollen wir nehmen. Alter. Okay. Dann könnte ich den nehmen. Wäuchte ich jetzt einfach Yoshi. Das wäre doch scheißegal. Ja, Rennwagen. Komm, ich gönne mir. Zack. Direkt meinen Rennwagen. Genommen. Ja. Das könnt ihr allerdings, dieses Fahrzeug, das Fahrzeug oder diese drei andere, könnt ihr im Shop kaufen. Ja. Könnt ihr einfach beim Shop kaufen. Und ja. Da könnt ihr dann, die, die, dann muss es noch, downloadet werden. Das kann etwas leider dauern. Aber, ihr könnt nichts dafür. Also, ja. Okay. Ich drück jetzt mal auf diese, Leute auf, Fabis Deutsch. Okay. Fabi und Timo, Ne, und Wubi. Hä? Wubi 3R. Ah, es war. Ich bin gespannt, welche Strecke, wir heute spielen werden. Oh ja, nice. Totafelnstadt. 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 Okay, ich hoffe, dass wir singen. Was sehe ich da eigentlich? Fabi, Baden-Württemberg. Okay. Wee, yeah. Alter, guck mal, ich hab ein fresh neues Auto. Ibi, Luigi, ich hab ein fresh neues Auto, Alter. Fresh, neu. Alter, hey, Brüder. Ich hab ein fresh neues Auto. Genau. Juhu. Fresh, alles klar. Ich nehm einfach diesen Weg einfach. Nice. Oh, hi. Alter, Alter. Fabi, also, äh, Fabi, Fabi, also, was denn mit dir geschehen wird? Äh, 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 juhu, 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 überholen. Sehr merkwürdig für mich. Ich finde mich grad so unlogisch geil. Einfach da, zack, und dann fährt man hier, und zack, fährt man hier, und zack, fährt man hier, zack, wenn man pilzert, fährt man hier. Ich bin schon wieder sechster, wie am Anfang. Leute, genau, Fabi, ich komme näher. Stimmt, am Schluss wäre das eigentlich den Ohrenweg. Äh, alles klar. Nee, hab keine Lust, runterzufallen. Öh, genau, Timo. Also, Timo, was ist denn mit dir geschehen? Äh, was geht ab? Genau, ey Fabi, was geht? Fabi, was geht? Sag dich. Fabi, was geht? Keine Antwort, leider. Was ist los? Los bitte, bitte, bitte. Ja, ich hab dieses Mädchen getroffen. Keine Ahnung, wie es hieß du. Äh, lol. Alle, alle drei Deutsche, in den Top 3. Oh, wir haben beinahe ins Gras gefahren. Ich gönne mir einen Würfel. Auch wenn ich dann vielleicht überholt werde. Und das wurde auch getan von Miss, Mrs. Oder hä? Mrs. Genau, wie das ausgesprungen wird. Ja, zack, zack. Mann, immer feuchter und ergoldener Pilz. Sorry für den Hust. Okay. Muss jetzt aber. Fabi, ist schon mit. Genau. Äh. Du brauchst eine Respekt-Challenge. Äh. Dicker. Was soll das? Was soll das? Mich überholst du nicht? Komm, komm schon. Komm bitte. Wieso? Oh, oh ne noch. Er überholt mich nicht. Erst auf jetzt. Als ob. Ich hab, nein. Oh, guck, ja. Ob war der? Oh, nee, Babyluigi. Lol. Ich hab das für den Erfärter. Babyluigi hat mich noch im letzten Moment, im letzten Moment überholt. Wieso? Oh, Mann. Wieso? Wieso, ne? Na ja, frag ich mich auch, ne? Wieso? Ja, was wir jetzt nehmen? Yoshitai. Ja, ist doch nice. Mhm, ich hab auch Yoshitai genommen. Nein, das hab ich nicht. ich hab aus Versehen A gebrückt. Damit wählt man ja diese Map aus. Oh, nee, noch. Nee, ich auch ab. Hab auch noch. Nee. Nee. Alter, was soll das? Okay. wenigstens erster. Ich hab so'n wunderschönes Auto. Alter! Als ob, ich werd schon direkt am Anfang überholt. Dieser Zwerg! Oh, yeah, Windschatten! Banane! Zack! Und, oh, schade. Achter! Genau! Achter! Genau! Windschatten! Okay, bisschen Musik machen! La 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 la! Und jetzt wieder la 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 la! Dann fällt das Dumpfig gerettet aus! Und jetzt bumm! Zack! Kadong, kadong, kadong! Ding, ding, ding! Oh, Mann! Das ist nicht siebter! Und hier geht die Party ab, ne? Okay, ich tanze mit! Boing! Boing! Ich tanze mit, So schnell! Oh, schade! Timo! Alter, ob Timo, oder? Was geht denn bei dir ab? Oh, Leute, Timo fährt einfach gegen die... Timo, was ich sagen wollte, Timo fährt einfach gegen die Wand und ich fahr runter. Okay, ich bin neunter. Voll gut, Alter! Nein, natürlich nicht! Ich will, das... Alter! Du willst... Was soll das denn? Ich sag erster! Äh, wenigstens ein Top 3 oder so. Aber was passiert? Alter, äh, äh, das war so knapp, äh, ich... ich wenigstens Top 3 und was passiert? Top 9, Top 10, keine Ahnung! Äh, bumm! Das war die Trommel, 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 Trommel! Trommel! Ich will das nicht haben, ich tanze mit denen, Fettsack mit! Oh, yeah! Boing! Stern, nice! Da, 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 Oh, eine Woche wenn ich nirgendwo Huhtin er hat schon gefeift! Oh, was? Ich, ah, oh, ich wusste das nicht! Ja, wenn man, wer so glitt? Nice, ich hab die 8 muss genau gut einsetzen tippen fisch als ob wir jetzt einfach ein alles auf einem fleck also bin ich denn hier und die wo du es nicht die wo du es nicht hier bei der die woche haben wir jetzt top 3 ja was für die folge vor heute Heute nur zwei Runden, jo, hab keine Ahnung wieso, ja, würde ich mal sagen, ciao, 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 ciao.